Jemand will nicht, dass du das hier siehst, weil die Person nicht möchte, dass du das erfährst, was ich dir jetzt sage. Die Person weiß, dass du mehr verdient hast als sie, weil du in eurem Verhältnis viel mehr Liebe gegeben hast als sie. Und das macht die Person einfach fertig, weil sie nicht möchte, dass du erfährst, dass sie noch Gefühle für dich hat und dass du aber eigentlich viel mehr verdient hast als sie.